Mein Name ist André Thomsen von der Sportagentur Athletes First Sportmanagement. Netzwerken bedeutet für mich mit Menschen und Leuten mit gleichen Interessen zusammen etwas zu erreichen. Gerade im Sport ist es wichtig, dass man mit vielen auch viel erreichen kann und jeder einen anderen hat, der ihn unterstützt. Oh, oh baby, oh, oh baby.